so aber es ist nicht ganz hoch für minenschacht allgemein eigentlich nicht ich hab schon höher liegen da rüge sehen ich hab sogar schon welche auf dem berg kragen sehen echt ja was das müssen wir das noch ein bisschen und so und so und so und so und so bei uns kistensuchern ist das so jetzt so viel war und jetzt hin nehme ich auch gerne mit ein geschenken dauer guckt man jetzt mal oh ja was ist das denn das ist etwas bis zu späschig aus die tour braucht man nicht für irgendwas könnte man mache ich aber nicht wir machen die meisten ich was ein viel nacht nur für mich ein oder zwei mal oder für ein rezept glaube ich ein wichtiges rezept dafür gibt es dann überall so eine scheiße hallo lava wie geht's lange nicht mehr gesehen der bestimmt nicht so heiß wie dir die ist immer cool hallo creeper man nach bumm graus raus oh gott spiele hier mit dem feuer im wahrsten sinne des laber wortes laber blabber worte ist dann noch mal nirgendwo landbauen hier müssen ja ich brauche auch wenn das zeug ab man weiß ja nie wann man das mal brauchen man weiß ja nie meine team brauchst du auch eine menge wenn du so da scheiße machen willst ne äh ne das brauchst du eigentlich nur wenn du dings machst äh geotermal scheiß nee du brauchst doch diese batterien die ai batteries und so naja gut aber die sind ja nicht so viel ja aber immerhin ne vier zinn oder was du brauchst hast recht erstmal abbauen hab ich irgendwo was ne meine wenn du weiß ich nicht 20 dinger machen willst hier 20 mal solarkacker ich muss 16 machen ja was denkst du da brauchst du ja schon menge sind schon wieder wie ist das ding wo man diese verdoppeln kann mesurator oder so ja ja hast du schon ein ja krass muss ich auch noch nicht wirklich schwer muss ich mir überlegen mache ich vielleicht gleich noch ich brauche noch so viel brauche ich noch einen generator für äh da kommen mir auch immer öl entgegen geflossen ja manche leute in der auf der welt würden sich freuen oh ich bin reich ich hab öhne ich hab da und ich erschrecken mich das ist eine 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 höhen äh hier so eine schluchtskacke schluchtskacke verbindung ding typ alter äh die charts bringen unglaublich viele dinge und zwar ep ja naja alter schabee ist nicht feier gut feierlich schon aber ein bisschen jetzt hin ist sie auch noch ziemlich einsam ich hoffe doch mal ja ist hin hast du zwecksträne das bäckse mit add-on was für ein add-on hörte wie ist ich denke mal sonst würdest du nicht alles wieder geben oder ne gibt's da auch dinge wie siehst du da texturen an erst oh kriegen sie viel äh was für texturen die texturen siehst du die texturen von manchen blöcken anders äh also jetzt in default äh ich ja dann hast du ohne erweiterung gib doch noch mal ein erweiterungspack dafür okay aber so geht es eigentlich weil sie ein bisschen komisch aus teilweise ich finde die generale sieht halt ein bisschen sehr eigenartig aus sie ist ein bisschen aus wie ein ähm mm hier so ein der spawner ein bisschen ganz komisch ja das ist halt von dem default aber ansonsten geht es eigentlich so was haben wir denn hier noch schönes wo sind wir jetzt auf höhe 28 mit dabei sind wir schon fast auf die mann naja fast auf höhe 23 und ich bin grad aber eine spinnespawner über eine spinnespawner jup bei einem spinnespawner brauchen wir bald einen verzauberungstisch ich brauche den dringend ja genau jetzt habe ich die schere natürlich vorhin weg geworfen hat sie aufgenommen ne ich kann hier aber mein canvas back zusammen gerade kam er mal drunter was ja schön ich wollte sie nicht ins wort fallen so noch mehr eisen ich hab grad uranium man weiß ja nie wer das man braucht weil ich hab ja heute das popel will glaub ich auf den ins bauern der krieg zählt der macht ihr nichts mit nuclear ach es wird schon wird nicht gehen was ich sage ich doch deswegen ja ja ein springt man müssen was in luft wenn das ding in luft und das ganze so auf Arsch vorgabe ich bin deutsch ich bin nichts anderes gewohnt mehr von dir du leid wieso schon seit so ein paar Minuten so das liegt daran weil es wahrscheinlich schon so spät ist nein ich kann ja noch mal die uhrzeit erwähnen das habe ich noch nicht gemacht es ist jetzt kurz vor eins vier vor eins ich kann nochmal screenshot machen da sieht das die letzten zahlen mann umreißig und 22 sekunden mann um mann um das wird immer später komischerweise was denn das ich kann auch apatit aber die stinkt ne nikolit ist das tschuldigung nikolit stinkt äh ja das ist so das habe ich schon gesehen das ist so ein vollklumperscheiß den kein mensch braucht das brauchst du wirklich nicht das ist schon wieder die du die duhr wird mich nicht an einen besseren ort führen ich hoffe eigentlich random durch die gegend ich bin gar nicht mehr so bedacht so wie ich wieder rauskomme hier na egal hier hat den öl drinne in öl ertrinkt man da drin auch ja alter hier ist ein bankeskelett oh ich hab einen bogen fallen lassen aber geil oh ein tatsch ich hab ein bisschen vorm öl erschreckt wovor oh ich hab's maragd gefunden bei dem öl ein bisschen erschreckt die sind defaults maragd naja das ist der Zinn 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 stinkt gar nicht Zinn gefällt mir sehr gut weiß ich das auch nicht stinkt warte ja ne die sind äh hab ich aber trotzdem noch nicht gefunden ja das hätte mich auch gewundert sind auch für 28 wenn ich weiter runter gehen ich bin nur für 27 das stinkt ich bohle mich mal hier runter tun sie das wie soll ich irgendeine Schiene bei ach so bin ich schon bei dem Öl gerade ach so ich hab einen ein bisschen Öl freigeregt und da hab ich mich ein bisschen erschrocken was ist das denn Rubin ist es doch oder jawoll ein bisschen Rubin nimmt auch jeder gerne mit na ich nicht und ein bisschen Saphir nimmt auch jeder gerne mit ganz spaß ich sollte aufhören so großes Morgz haben nach dem Urlaub sind sowieso alle weiter als ich ja dann gebe ich dir was aus und dann nur dann werde ich der Einzigste mit Juju Meta sein das würde ich nicht unbedingt unterschreiben und der Einzigste ohne Haus das würde ich unterschreiben na gut ich fahre jetzt in zwei Wochen da kann auch viel passieren und das ist dann krass es produzieren sowieso immer und dann fallen viele vorne ja das produzieren sowieso mehrere vor ja weil die Uhr wegen Urlaub und so ja ja auch ich glaub Wester ist noch dabei äh Lenny Lenny produziert Lenny produziert vor ja stimmt 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 der war auch ja der hat vorhin fast genau so lange aufgenommen wie ich der hat glaube ich eine halbe Stunde weniger oder so sollte ich echt davon aufgenommen hm ich dachte der wollte ja nicht weil er so ein scheiß Bildschirm äh Bild und Tonqualität hat ich werde aber aufgenommen ach ist das ein Idiot warum hat er mir Bescheid gesagt das find ich ja frech naja gut ich mach das halt spät besser spät als nie komm schon ich will Dias komm tschau es gab aber noch keine Kiste ne ich auch nicht hab auch noch keine gesehen krass ey das ist eine sehr verwirrende Tatsache so kack ich es ey welcher bist du gerade wegen Dias 6 oh na gut das ist ja schon ziemlich tief ich steig schon wieder bin schon wieder bei 30 ja jetzt steig mach du grad ja tu ich ok das tippst du grad für ein bisschen für deine Fans uh 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 ja auf jeden Fall das wollte bestimmt auch jeder sehen ich kämpfe auch mehr auf Kohle na logisch Kohle stinkt mittlerweile auch schon äh ach müde bisschen ja aber ich es ist ja auch schon um 1 ich wollte es noch mal erwähnen was denn das hier Silber Silber aber auch mal Silber hört sich wichtig an ja da kannst du auch Kisten von machen hört sich wichtig an oh Kisten Kisten haben mich am liebsten oh ich bin noch neu ergangen ey äh dürfen wir eigentlich Speedfolgen machen ähm wurde gar nicht drüber geredet nee eigentlich nicht eigentlich nee aber jetzt hatte ich in einer Speedfolge mein Lager eingeräumt ja wir müssen mal mit anderen ich kann jetzt nicht allein entscheiden wir müssen die anderen auch mit anscheiden aber ich würde mal sagen nein mal gucken mal gucken meine Diaspilz habe ich gar nicht im Arsch wenn ich gar nicht mehr Spilz habe ich im Arsch ehrlich jetzt nicht mehr ähm Alter ich finde aber hier sind ja auch ne Menge Menge Scheiße wir werden gucken ich finde jetzt gerade unglaublich viel Silber hier ist noch ein Gang ey Alter so viele Gänge ok gut da kann ich auch noch mal einen Kodeshop machen da kann ich aus Holzkode den Kodeshop mal dafür machen super super ähm ja noch ein Gang bitte hier bitte ich bin hier noch Gänge über Gänge über Gänge über Gänge über Gänge über Gänge ich bin schon raus suchen ey warum sagst du mir Bescheid mach was du für richtig heizt guck dann dass ich dort so noch einen Kompressor oder so irgendwie sein bekommen hast du da mal ein bisschen der Mann gefunden nope das ist natürlich ganz schön schade ich schade sogar würde mich einfach nach oben einfach mal zu ihm nach oben buddeln mach ich glaube ich auch gleich weil ich finde den Weg sind so nie zurück doch nicht ist niemals ey nicht in 100 Jahren aber vielleicht in 12 Jahren ich hasse den Drölf wenn ich mich sagen gefällt mir überhaupt nicht du weißt von wir haben mich verwertet eigentlich erfunden mit dem Drölf keine Ahnung ich weiß was das Lenny das stimmt nicht sagt das ist nämlich richtig oh Nina Moment mal ich kann mir doch nicht ich kann machen jetzt mal eben eine Erweiterungsinventar und wie machen sie sich das? mit Rucksacken? ja genug deswegen kannst du mit deinem Dings hier ähm die ganzen Spinnen gelöhnt sich abbauen dann kriegst du dann kannst du halt Canvas back draus machen ok muss ich mal gucken wie man das macht guck mal nach vielleicht brauchst du ein Stack ähm sei dafür gut runterspringen ok ich muss oh Gott das geht hier hoch und runter das ist ein ständiges auf und ab hin und immer noch mehr Tin ey langsam kann ich Tin nicht mehr sehen wenn das überhaupt Tin ist das ist doch bestimmt Tin 32 Ohre warte nur 32 das ist irgendwie so viel ich bin nur 32 wa? ja ich hab mir viel mehr vor 40 40 ist völlig irgendeine Farbe dabei? war das schon eine Farbe? rot oder so eine Blume? ich weiß nicht auf was du hier noch sitzt hast du eine Blume eine rote rose oder so dabei? im Inventar gerade ich bin vorhin geschickt welchen aus wie welchen da ist doch eine geschickt nach oben ich will ein rotes Canvas back haben oder hast du Lapis schon gefunden? ne aber ich hab grad Gold muss ich auch ganz gut feiern Lapis wäre auch gut aber Lapis finde ich natürlich wieder nicht also man findest sonst immer und dann findest man nicht ich hab Lapis ehrlich? ja oh da komm ich mal zu dir weil davon könnte ich dann mal einen gebrauchen bei einem blauen Canvas back ich bin ja schon draußen immer grad ich bin grad unten auch für L22 alter ey ich hab euch denn heute gar nicht erwähnt dass ich schwitze wie so ich hab das Gefühl ich sag immer das gleiche heute wir sind eine Schallparte da könnt ihr eigentlich eine Schallparte abspielen lassen ey alter es kommt mit zwei Skaletten wollt ihr mich verarschen? ach noch mehr jetzt hin den in der Nrecke vertreibt Kummer und dann in der Decke treibt Kummer eine